Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Startup Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, einer unter Bus Simulator 18A. Ich habe mir mal gedacht, komm, ich mache mal wieder ein bisschen so alte Spiele, die ich mal gespielt habe und guck mal, was so läuft, also wie alles so funktioniert, wie alles so funktioniert, wie es jetzt ist, meine ich. Ob ich es verlernt habe oder auch nicht, man weiß es ja nicht und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache mal hier wieder ein neues Video über dieses Spiel, vielleicht mache ich auch mehrere wieder, weil ich habe irgendwie Bock drauf, das Spiel mal wieder zu spielen und habe es ja auch nie zu Ende gespielt, weil hier irgendwie diese eine Aufgabe, also ich muss hier irgendwie sowas machen, keine Ahnung, vielleicht machen wir in der nächsten Folge dann mal diese Aufgaben hier. Auf jeden Fall bin ich auch vom Bewerbungsgespräch, also vom Vorstellungsgespräch wieder da. Ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch und ja, ich habe übrigens jetzt auch Fische im Aquarium. Also wenn ihr die Fische mal sehen wollt, ich kann sie euch auf Instagram zeigen, wenn ich nicht so dumm bin und das vergesse. Also kann ich mal ein Foto vom Aquarium machen, dann könnt ihr das sehen, falls ihr Bock drauf habt. Also schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account vorbei. Okay, so, wir wollen auf jeden Fall jetzt diese Strecke hier machen. Jetzt kommt hier gerade der Schrottwagen, egal. Okay, reicht. So, wir nehmen diesen hier, diese Boots nehmen wir. So, ähm, warte, wir machen hier mal zufällig. Zufällig! Kann man nicht zufällig machen, oder was? Ah doch, hier zufällig. So, Fahrt starten. Wir fahren mit der S416 LE Business. Oder dieser Narbe, Alter. Ähm, falls euch wundert, ich höre alles über, ähm, über, ähm, Dingsbums. Also ich habe jetzt Kopfhörer mir geholt, dass, ähm, der Zaun sich nicht immer verdoppelt. Verdoppelt. Also man, man kann, also, egal, wir fahren einfach. Ach so, scheiße. Was ist denn? Oh, mein Lenkrad ist gar nicht angeschlossen. Also es ist schon angeschlossen, aber... Vorwärts, rückwärts. Ja, aber wie lenke ich denn? Ach, links ist hier gar nicht drin, oder was? Hallo. Nach links. Ne, nicht left. Warten. Irgendwie erkennt er meinen Lenkrad nicht. Äh, Leute, ich bin gleich wieder da. Ja. So, meine lieben Leute, ich habe es jetzt hingekriegt. Jetzt kann ich wieder hier das machen. So. So, Licht ist in on. Gang. Ne, Tür wieder zu. Gang ist drin. Feststellbremse ist gelöst. Let's go, der Hase läuft. Ach, du heilige Scheiße, hab ich das verlernt hier, Alter. So. So. Nein. Nein. Nicht die Tür öffnen. So. Okay, wir fahren los. So, ich kann euch auf jeden Fall auch mal mein Dingens zeigen, wenn ihr Bock drauf habt. So. So. Okay. Oh. Ah ne, muss gar nicht links rein, meine ich. So. Okay. Die Bremse muss mal irgendwie geölt werden oder sowas. So. Okay, hier ist die erste Haltestelle. Ah. Ich hab die Hupe ja. Echt nix. Schaut übrigens auf meinem zweiten Kanal vorbei, also auf Stun-New-Act. Dort kommen nämlich heute kommt ein Video und gestern ist auch schon ein Video gekommen. Also schaut da gerne mal vorbei, würde mich freuen. Moinsen, ihr Werners. Äh. Leute, ich hab hier was Falsches eingestellt bei Steuerung. So. Anwenden. Nein. Vielleicht muss man nicht so, als ist es bereits an folgende Action. Ich will die nicht verli- ich will das entfernen. Belegung zurücksetzen. Was machen die Fische da schon wieder, ey? Ich kann das hier nicht anklicken, weil... Ich kann das hier nicht anklicken. Mann. Ja gut, dann könnt ihr halt auch nichts kaufen, ne? Das ist die zweite Tür zu. Ja, die hab ich auch gesehen. Ist die zweite da hinten zu? Ich weiß es nicht. Ich fahr einfach. So. Was ist jetzt hier schon wieder verriegelt, ey? Hier ist doch gar nichts verriegelt. Ach doch. Ah ja, aber wie soll ich das denn jetzt hier... Mann, Leute, die Folge ist hier schon wieder chaotisch. So, meine lieben Leute, ich hab's repariert. Es funktioniert wieder. Ich kann wieder alles hier machen, ja? So. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ja, das hoffe ich auch, dass du schlafen kannst. Ich hab die Bremsempfindigkeit ein bisschen höher gestellt. Könnte sein, dass es... Äh, runtergestellt, meine ich. Sehen Sie auf die Straße! Mach ich doch. Ich bin auch nur gegen eine Laterne gefahren. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber... Das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Sie tut Leute anschreien, wenn man gegen eine Laterne fährt. Das macht sie. Beruflich. Kann mal... Sie kann sich mal ein Beispiel an den Anzeigen-Hauptmeister-Se... Äh, sehen? Ja. Oh. Ich fahr einfach, Mann. So, hier rechts rein, Alter. Sind wir denn jetzt bei Westspeicher? Nächster Halt. Westspeicher. So, der Lab. Wir sind da. Schreibt mal aus, ihr... Clay. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Nee. Will ich nicht. Eine Fahrkarte, bitte. Du musst natürlich wieder reinschauen. Kann man, Alter. Danke. Bitte sehr. Freu dich. So, wir fahren weiter Richtung Südspeicher, Alter. Ach ja, schön, dass der einen Radstein berührt hat. Äh, Rad... Radstein. Wer nennt das eigentlich Radstein, Alter? Ah, jetzt. Du sollst fahren. Danke. Das war knapp. Zum Schatten Ende drücken. Nee. Mach ich nicht. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr Dingens nehmen und dann hier so rein. So, zack. Let's go. Wir sind bei der nächsten Halbestelle. Nächster Halt. Südspeicher. Ja, ja. Da bin ich doch nicht. So, zack. Einmal aussteigen, bitte. Oder einsteigen. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Noch mal wiedersehen. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Oder... Ich glaub, die hat ein bisschen Paramoyer oder sowas. Wollen wir jetzt hier auch mal Leute einschalten, ne? Gut. Dann mal weiter. Oh, das hat Sieg... Nächster Halt. Stockerplatz. Stockerplatz, Alter. Auch mal schneller hier rüber. Danke sehr, alte Umi. Nein, danke. Ich hab nichts gegen Omas, ja? Sorry, Leute. War nicht so gemeint. So, wir müssen zum Stockerplatz. Oder wie auch immer man das ausspricht. Also, ich hab insgesamt sieben Fische hier in den Betten drin. Ich weiß gar nicht, wo der siebte ist. Also, ich seh grad nur... Fünf. Nächster Halt. Stockerplatz. Also, ich seh... Ah, jetzt ich... Den sechsten hab ich jetzt gesehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo ist der siebte? Der siebte ist weg. Ach, oh ja. Sie kriegen eine. Warte. Ich hab grade mich mit den Fischen beschäftigt. Das nicht. Danke. 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 Die hätte auch hinten einsteigen können, Alter. So. Oh, nee, das wollte ich nicht. Danke, LKW-Fahrer. Das ist meine Haltestelle. Nächster Halt. Grennert Platz. Oh, du kannst... Oh, Mist. Ich hab vergessen fürs Abendessen einzuköpfen. Ich wollte sie gerade aussteigen lassen, Alter. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ich weiß gar nicht, müssen Busfahrer dich rauslassen, wenn du vergessen hast, auszusteigen? Eigentlich ja, oder? Normalerweise müssen die das. So. Eingeparkt. Ja, ich bin halt einfach der Pro da drin. Ja, was willst du? So, kommt. Steigt ein und aus. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Nein, kannst du nicht. Das hier alle Gefahrkarten haben wollt, Alter. Ist das ein Zwang? Oh, das ist jetzt in Szene, auch so. Danke. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Sie haben wenigstens bitte gesagt. Sie kriegen eine. Danke. Bitte. So. Ich hoffe, wir bauen hier heute keinen Unfall. Nächster Halt. Astra Promenade. Astra Promenade. Ich komme. Die Fischis, die schwimmen herum. Ich glaub, die haben Hunger. Aber. Ich werde euch keine gleiche was geben. So. Bats. Hey, da ist mein Kollege. Oh, ich würde noch langsamer fahren, Bus. Aber wie ist der da gerade reingefahren, Alter? Nächster Halt. Astra Promenade. So, dann warten wir mal eben kurz auf unseren anderen Bus hier. Hallo, ihr dürft noch nicht einsteigen. Ihr braucht gar nicht zu mir laufen. So. So. Ja. Die ist halt auch einfach perfect. Ja, sie kriegen eine. Bitte. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Zwei wollen sie haben. Okay. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sie kriegen eine. So. Hier, zehn Cent. Okay. Weiter geht's. Nicht mehr viele Heile stellen. Ach, im LKW fach ich. Ach, ich hab doch eh ganz viel Geld. Was, was heulen die hier rum? Aber, wo holt ihr denn jetzt, Alter? Ich hab 100 Jahre stehen zu bleiben. So. So. Dann hier rein. Und speichern. Und speichern. Großfahren macht echt total Spaß. Zack. Sehr pünktlich, danke. Bitte. Sind zwar 20 Sekunden. Schneller da, aber egal. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, sie kriegen einen. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, hier. Danke sagen kann er auch nicht. Okay. Nächster Halt. Non-Speichel. Danach kommt die Endstation auf, eigentlich mal. Oder, man kann hier so schlecht lenken, Alter. So. Er will keinen Aussteigen, äh, einsteigen. Das kann ich immer nicht. Bitte. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Okay. So. Sedermann Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, ja, machen Sie doch schon. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt die im Speedboostimulator 18. Nächster Halt. Sedermann Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Haken in Perfektion. Naja, das kann ich, ne? So, dann steigt hier mal alle aus. Ich beobachte euch. Ich hab eine gefangen. Die jetzt auch mal rausgehen. Okay. So. Müll. Müll. Ja, kein Müll mehr. Okay. So. Okay, wir fahren hier noch kurz rein. So. Auf, auf, zur... Äh, Dingsbums. So. Nichts passiert. So. Wir sind eingeparkt. Zack, zack. Zack. Alles ausschalten. So, fertig. Ja, alles hier... Ist doch alles perfekt hier, was ich gemacht hab. Oh. Ja, Bordstein erwischt. Firmakollision. Hm. Egal. So, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinem Discord oder auch bei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab und zu machen, auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao. 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 Ciao.